Heute wollen wir alles mal so ein bisschen ausprobieren. Wir machen ein bisschen Radio, wir gehen ins Original-Radio-Studio, machen ein bisschen Moderationstraining. Vorher Theorie, dann Praxis und dasselbe machen wir dann auch noch mal beim Fernsehen. Also erst worauf kommt es an bei einer TV-Moderation und dann gehen wir ins Original-Studio von NDR 18 Uhr, Niedersachsen 18 Uhr und Hallo Niedersachsen um 19.30 Uhr und werden dann die Moderation, die TV-Moderation vor der Kamera im Original-Studio machen. Mir hat es hier heute super gefallen. Also wir haben wirklich Einblicke bekommen, die man sonst so nicht kriegt. Und allein so ein TV-Studio zu sehen oder ein Radio-Studio zu sehen und da was einzumoderieren oder einzusprechen, war schon wirklich eine Erfahrung, die einem keiner mehr nehmen kann und die wahrscheinlich jeden von uns, der hier mitgemacht hat, richtig nach vorne gebracht hat. Ich könnte es mir absolut vorstellen, in Zukunft beim NDR zu arbeiten. Ich habe hier echt richtig viele nette Leute kennengelernt. Es war eine gute Atmosphäre. Unglaublich vielfältig dieser Job. Das macht natürlich Spaß. Jeden Tag eine neue Herausforderung. Und der NDR steht natürlich auch für seriöse Berichterstattung. Auch das ist ja auch manchmal eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die man sich dann gerne stellt. Und es macht einfach Spaß für den NDR, für diesen ja durchaus auch großen Namen in Niedersachsen zu arbeiten.